Auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig! Wir suchen nämlich für dich. Dennis, heute das erste Mal nach Verletzungspause ganz durchgespielt. Wie war es? Auf jeden Fall wieder ein gutes Gefühl, auf dem Platz zu stehen mit der Mannschaft, der Mannschaft helfen zu können und dann auch drei Punkte zu holen. Das freut mich mega. Also ich bin überglücklich über den Sieg und hätte nicht besser laufen können. Ja, war aber kein einfacher Sieg. Vor allem in der zweiten Hälfte habt ihr euch schwergetan, beziehungsweise Ravensburg hat auch noch ein bisschen. Ja, das stimmt. Wir haben in der ersten Halbzeit auf jeden Fall guten Fußball gespielt, haben den Ball viel laufen lassen. In der zweiten Halbzeit dann hat Ravensburg viele lange Bälle gespielt. Das ist für uns schwer gewesen, weil die hatten viele große Spieler. Wir eher weniger, zwar den einen oder anderen, aber wir haben es trotzdem gut verteidigt bis zum Schluss und 1-0 sind drei Punkte, das reicht. Kurzer Ausblick, wie es jetzt weitergeht für dich persönlich und für die Mannschaft. Jetzt erstmal die Woche regenerieren, dann geht es nach Villingen, da wollen wir genau so ein gutes Spiel spielen. Wir haben gezeigt, dass wir gut spielen können und das müssen wir einfach Woche für Woche auf den Platz bringen und dann kläffen wir ein paar Plätze nach oben in der Tabelle. Dennis, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020